Hallo, ich zeige euch jetzt 10 Übungen, die ihr auch von zu Hause aus im Wohnzimmer super gut besetzen könnt und jederzeit schnell machen könnt. Die erste Übung, die ich euch zeige, ist ein Klassiker, aber eine leichte Variation dieses Klassikers. Wir haben eine etwas breitere Beinposition. Wir machen jetzt eine Kniebeuge, die eine breite Kniebeuge ist. Dabei versucht man mit dem L-Punkt über den Oberschenkel zu berühren und dann zu öffnen. Tick und hoch, ab und hoch. Jawohl, diese Übung kannst du 20 mal machen und dann die nächste Übung ausmachen. Sehr schön.